Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Teresa Stachelscheid. Ich bin Ökotrophologin und bin bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Rahmen des Projektes in Formen der Gemeinschaftsverpflegung für den Bereich der Seniorenverpflegung verantwortlich. Ich freue mich sehr, Ihnen in den nächsten Jahr rund 30 Minuten den DGE-Qualitätsstandard vorzustellen, der eine ganz wesentliche Orientierungshilfe dabei ist, Mahlzeiten für ältere Menschen mit Genuss und Mehrwert anzubieten. Ich möchte den Vortrag gerne starten mit einer kurzen Geschichte, die noch einmal ein Stück weit die Bedeutung von Mahlzeiten, die Bedeutung von Essen und Trinken für ältere Menschen und insbesondere solche in Senioreneinrichtungen hervorhebt. Und das ist die Geschichte vom Kaiserschmarrn. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie sind alt und wohnen seit knapp zwei Jahren in diesem Pflegeheimzimmer, das Sie immer mehr langweilt. Natürlich könnten Sie es häufiger verlassen, ganz langsam mit dem Rollator, aber dann werden Sie immer mit dem Leid Ihrer Nachbarn konfrontiert. Um das zu ertragen, brauchen Sie einen guten Tag. Deswegen freuen Sie sich oft noch vor dem Toast zum Frühstück auf das Mittagessen. In Ihrer Vorstellung ist das heute ein saftiger Kaiserschmarrn mit frisch gekochtem, warmen Apfelmus, in dem Sie noch ein paar unverkochte Fruchtstückchen finden. Sie können den Zimt riechen, auch den eben aufgestreuten Puderzucker sowie das warme Fett, in dem der fluffige Teig mit einer Handvoll Rosinen angebraten wurde. Es wird Mittag und Ihr Tablett wird ins Zimmer getragen. Sie erahnen es bereits. Kein Kaiserschmarrn. Es riecht nach verkochtem Kohl und undefinierbarem Fleisch mit Fertigsauce. Das gibt es ohnehin viel zu oft hier. Ihre Stimmung sinkt. Sie sind enttäuscht, raunen Ihre Betreuerin an und starren lustlos auf Ihr Tablett. Der Hunger ist weg. Die Vorfreude erst recht. Heute gibt es wieder nichts zu essen. Denken Sie sich, klappen den Warmhaltedeckel wieder auf den Teller. Schlafen und vom Kaiserschmarrn träumen ist besser. Ja, ich denke, die Geschichte veranschaulicht ganz schön, wie viel tatsächlich in Senioreneinrichtungen mit dem Essen und Trinken steht und fällt. Und dass es in unser aller Sinne und vor allem im Sinne der älteren Menschen dort sein sollte, Mahlzeiten wirklich besondere Aufmerksamkeit zu schenken und diese besonders wertschätzend zusammenzustellen und anzubieten. Verpflegung findet aber nicht nur in Senioreneinrichtungen statt, sondern auch im Privathaushalt. Und an dieser Stelle kommt das Angebot von Essen auf Rädern ins Spiel. Bei Essen auf Rädern ist zum einen die Bedeutung eines gesundheitsfördernden Mittagessens herauszustellen, das ein hohes präventives Potenzial entfaltet, vor allem mit Blick auf die Vorbeugung einer Mangelernährung und den Erhalt und die Förderung eines guten Ernährungszustandes. Daneben nicht zu unterschätzen sicherlich auch die Möglichkeit sozialer Kontakte. Denn sicherlich kann es für viele ältere Menschen so sein, dass der Mahlzeitendienst häufig einer der letzten verbleibenden sozialen Kontakte ist. Wir stellen aber auch fest, dass die Versorgung mit mobilen Mahlzeitendiensten schwieriger wird, vor allem in ländlichen Regionen, dass sich der Markt eher als träge erweist. Das hat zum Beispiel den Hintergrund, dass lange Anfahrtswege und große Distanzen auch zum Teil zwischen einzelnen Kundinnen und Kunden dazu führen, dass die Auslieferung nicht mehr kostendeckend ist, dass hohe Kosten auch für Logistik, das heißt für beispielsweise Transportfahrzeuge entstehen und auf der anderen Seite demgegen über niedrige Preis-Obergrenzen. Und das führt dazu, dass die Verpflegung älterer Menschen gerade in ländlichen Regionen zukünftig vor allem auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels eine Herausforderung wird, der wir uns mit guten und innovativen Konzepten, um die wir uns kümmern müssen. Ja, ältere Menschen verpflegen ist eine besondere Herausforderung ganz insgesamt, denn es gibt zahlreiche Ansprüche die Verpflegung erfüllen muss. So sollte sie zum einen den Bedarf an Nährstoffen decken, das heißt möglichst gesundheitsfördernd sein. Zum anderen gilt es aber auch Bedürfnisse, das heißt individuelle Speisenvorlieben, Wünsche, aber auch Abneigungen zu berücksichtigen. Die Verpflegung sollte möglichst von allen verzehrbar sein, das heißt eben auch solche Menschen bedienen können, die zum Beispiel unter Kau- oder Schluckbeschwerden leiden. Auch für diese sollten Mahlzeiten attraktiv und angepasst und gut verzehrbar angeboten werden. Mahlzeiten sollten darüber hinaus Orientierung bieten und natürlich das Wohlbefinden und die Lebensqualität fördern. Und all diejenigen, die für die Verpflegung verantwortlich sind, müssen diesen oder können sich fragen, inwiefern sie all diesen Ansprüchen gleichermaßen gerecht werden können, wie sie das schaffen, diese Ansprüche unter einen Hut zu bekommen. Und genau an dieser Stelle unterstützt der DGE-Qualitätsstandard für die Verpflegung mit Essen auf Rädern und in Senioreneinrichtungen. Der Qualitätsstandard unterstützt Verpflegungsverantwortliche, also all jene Personen, die in ihrem Bereich Verantwortung für die Verpflegung übernehmen, beim Angebot einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Menülinie. Damit ermöglichen sie älteren Menschen in einem zweiten Schritt eine entsprechende genussvolle Speisenauswahl. Es geht also hier wirklich um das Schaffen eines entsprechenden Angebotes. Der DGE-Qualitätsstandard vereint die vormals separaten Qualitätsstandards für Essen auf Rädern und stationäre Senioreneinrichtungen, die vor rund zehn Jahren erstellt und veröffentlicht wurden. Damit liegt er seit Dezember 2020 in einer Neuauflage vor, die grundlegend überarbeitet ist. Werfen wir einmal einen Blick in die Inhalte des DGE-Qualitätsstandards. Insgesamt gibt es sechs Kapitel, begonnen mit dem Kapitel 1, in dem wesentliche Hintergründe, die Ziele sowie der Aufbau des Werkes beschrieben sind. Kapitel 2 ist ein neues Kapitel, das es in den beiden alten Werken in der Form nicht gab. Hier geht es primär um das Thema Qualitätsentwicklung und inwiefern der Qualitätsstandard bei der Entwicklung und Sicherung von Qualität wirkt. Die Kapitel 3 und 4 befassen sich mit den Grundlagen sowie mit der Gestaltung einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Verpflegung. Kapitel 5 ist der Blick über den Tellerrand, denn wir wissen, Verpflegung ist nicht nur das, was auf dem Teller liegt, es spielen auch zahlreiche Rahmenbedingungen eine Rolle und an diesem Punkt setzt Kapitel 5 an und beschreibt wesentliche Aspekte, die ebenfalls von Bedeutung sind. Kapitel 6, das sind die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verpflegung. Ein Kapitel, das es in ähnlicher Art und Weise auch in den vorherigen Standards gab und dem schließt sich an die bewährte Checkliste, die alle Kriterien des DGE- Qualitätsstandards noch einmal auf einen Blick zusammenfasst. Es schließt sich an, zudem ganz neu ein Literaturverzeichnis sowie ein Glossar, in dem zentrale Begrifflichkeiten des Standards noch einmal ausgeführt und erklärt werden. Das Thema Nachhaltigkeit und das soll dieses Blatt symbolisieren, ist nicht mehr in einem separaten Kapitel aufgeführt, so wie es in den vorherigen Werken der Fall war, sondern zieht sich nun konsequent über mehrere Kapitel hinweg und fließt sozusagen wie ein roter Faden durch den gesamten Standard hindurch. Damit soll verdeutlicht werden, dass Gesundheitsförderung und Nachhaltigkeit ganz selbstverständlich zusammengedacht werden, als die Maßstäbe nach den Kriterien aufgestellt wurden. Sie sehen unten rechts zwei Symbole, einmal ein kleines Fahrzeug sowie ein Haussymbol, die jeweils entsprechende Textstellen und Kriterien markieren, die für Anbietende von Essen auf Rädern sowie für Senioreneinrichtungen relevant sind. Infolge der begrenzten Zeit werde ich leider jetzt nicht die Möglichkeit haben, Ihnen jedes einzelne Kapitel detailliert vorzustellen, daher werde ich mich auf einige ausgewählte Inhalte fokussieren und ich möchte beginnen mit Kapitel 2, in dem es um die Qualitätsentwicklung geht. Der DGE-Qualitätsstandard begleitet Einrichtungen und Anbietende von Essen auf Rädern bei der Weiterentwicklung ihrer Verpflegungsqualität und holt sie letztendlich da ab, wo sie stehen. Er unterstützt bei der Einordnung und Zielsetzung zur Frage, was läuft schon gut und was geht noch besser und ermöglicht dadurch sozusagen eine Art Standortbestimmung. Wichtig ist es oder ein zentrales Anliegen, Qualität Schritt für Schritt zu entwickeln. Die Kriterien, die vorgegeben werden, müssen nicht von heute auf morgen umgesetzt werden, das können sie auch nicht, sondern jeder Essensanbieter kann für sich entscheiden, an welchen Stellen möchten wir arbeiten, wie möchten wir vorgehen und kann das Tempo wirklich ganz individuell anpassen. Eine Unterstützung dabei ist die Checkliste, von der ich eben schon einmal sprach, die letztendlich nochmal alle Kriterien auf einen Blick verfügbar macht und eben genau dabei unterstützt zu schauen, was machen wir schon gut, welche Kriterien erfüllen wir bereits und wo besteht hier und da noch ein Stück weit Luft nach oben. Ein Blick in das Kapitel 2, Sie sehen hier wesentliche Unterkapitel aufgeführt, alles Aspekte, die zur Sicherung und Entwicklung von Qualität in der Verpflegung beitragen, also beispielsweise das Thema Schnittstellenmanagement wird aufgegriffen, die Personalqualifikation, das Lob- und Beschwerdemanagement ebenso wie die externe Qualitätssicherung, zu der auch das Thema Zertifizierung gehört, sowie das Leistungsverzeichnis, was dann relevant ist, wenn die Verpflegung ausgeschrieben wird. Gehen wir weiter in den Kapiteln und kommen wir zu Kapitel 4, der Gestaltung einer gesundheitsfördernden und nachhaltigen Verpflegung. Hier ist also sozusagen der Punkt, an dem es ans Eingemachte geht, hier kommt der Bereich Küche vor allem zum Tragen, denn hier werden sozusagen die Speisen und Getränke zusammengestellt, geplant und angeboten. Basis für die Gestaltung der Verpflegung bildet die Essbiografie eines jeden Bewohners beziehungsweise einer jeden Bewohnerin oder eines Kunden beziehungsweise einer Kundin. Die Essbiografie erfasst Speisenvorlieben, Lieblingsgerichte, typische Essgewohnheiten eines jeden Einzelnen, ebenso wie Abneigungen, Unverträglichkeiten oder auch vorliegende Erkrankungen, die eine besondere Ernährungsweise erfordern. Die Essbiografie wird in der Regel beim Einzug in eine Senioreneinrichtung erhoben oder beim Anbieter von Essen auf Rädern im Rahmen eines Erstgespräches. Wichtig ist es dann, dass die Essbiografie nicht in der Schublade verschwindet, sondern dass sie regelmäßig aktualisiert wird und wirklich als ein lebendiges Dokument genutzt wird. Denn Speisenvorlieben können sich ändern, auch im Alter noch und deswegen sollte die Essbiografie möglichst regelmäßig aktualisiert und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Hilfreich ist die Essbiografie vor allem bei einem nachlassenden Erinnerungsvermögen, also beispielsweise bei Menschen mit demenziellen Erkrankungen, die Wünsche oder Vorlieben nicht mehr äußern können. Und vor allem, wenn wir kritische Ernährungssituationen vorliegen haben, wie beispielsweise eine Mangelernährung, kann ein Blick in die Essbiografie Aufschluss darüber geben, mit welchen Speisen beispielsweise man dem Menschen eine Freude machen kann und was man primär anbieten kann. Die Kriterien zur Gestaltung der Verpflegung sind im DGE-Qualitätsstandard nun erstmals entlang der Prozesskette der Verpflegung aufgeführt, also von der Planung über den Einkauf, die Zubereitung und Ausgabe bis hin zur Reinigung und Entsorgung. Schauen wir uns den Prozessschritt Planung einmal exemplarisch an. Hier findet der Leser beziehungsweise die Leserin Kriterien zu Lebensmittelqualitäten und Häufigkeiten. Da werde ich im Folgenden nochmal ein wenig ausführlicher darauf eingehen. Zur Länge des Menüzykluses, also der Menüzyklus sozusagen der Zeitraum, nachdem sich die Speiseabfolge im Mittagessen wiederholt oder es finden sich hier auch Kriterien zur Gestaltung des Speiseplans. In Bezug auf die Auswahl und die Planung der Lebensmittel beziehungsweise deren Einsatzhäufigkeiten ist der DGE-Ernährungskreis eine wichtige Grundlage und eine Orientierungshilfe. Der Kreis teilt das vielfältige Lebensmittelangebot in insgesamt sieben Gruppen ein. Begonnen bei Gruppe 1 Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln rechts oben, gefolgt von Gemüse und Salat, zu der Gruppe gehören auch die Hülsenfrüchte, gefolgt von Gruppe 3 dem Obst, zu der auch die Nüsse gehören. Gruppe 4 sind die Milch- und Milchprodukte, gefolgt von Fleisch, Wurst, Fisch und Eiern. Gruppe 6 sind die Öle und Fette und schließlich ganz zentral als Gruppe 7 die Getränke. Und dieser Kreis ist entsprechend eine Orientierungshilfe bei der Gestaltung der Verpflegung. Es gilt ganz grundsätzlich möglichst aus allen sieben Lebensmittelgruppen zu wählen, auch die Vielfalt innerhalb einer Gruppe zu nutzen und die Mengenverhältnisse, das heißt die Größe der Segmente auch zueinander zu berücksichtigen. Beispielsweise je größer das Segment ist, desto mehr von dieser Lebensmittelgruppe sollte entsprechend im Angebot berücksichtigt werden. Und was man denke ich ganz schön hier sieht, ist, dass drei Viertel des Kreises von pflanzlichen Lebensmitteln gestellt wird und etwa ein Viertel von tierischen Lebensmitteln. Also eine Empfehlung, die sowohl aus gesundheitsfördernder Sicht, also auch aus Sicht der Nachhaltigkeit empfehlenswert ist. Jetzt haben wir es bei älteren Menschen damit zu tun, dass aufgrund alters- oder krankheitsbedingter Einschränkungen oder Veränderungen die Vielfalt des Ernährungskreises und die Lebensmittelfielfalt insgesamt durchaus eingeschränkt sein kann, wenn beispielsweise durch Kau- oder Schluckbeschwerden Vollkornprodukte, Vollkornbrot oder Haferflocken nicht mehr verzehrbar sind, wenn Gemüse, vor allem Rohkost, nicht mehr gut gegessen werden kann, wenn auch der Verzehr von Nüssen schwerfällt oder Fleisch nicht mehr gut gekaut werden kann oder wenn aufgrund des nachlassenden Durstempfindens im Alter nicht mehr ausreichend getrunken wird. Und man sieht, dass mit zunehmenden Einschränkungen auch die Vielfalt und all die positiven Attribute, die sie vorher um den Kreis herum gesehen haben, abnehmen und weniger werden, dass es natürlich das Risiko einer einseitigen Ernährung begünstigt und damit das Risiko für eine Mangelernährung erhöht. Und all diejenigen, die ältere Menschen verpflegen und ganz konkret für die Gestaltung der Verpflegung zuständig sind, sollten dies vor Augen haben und natürlich im Angebot möglichst nährstoffreiche Lebensmittel einsetzen und eben darauf schauen, dass es möglichst auch allen verzehrbar gemacht wird. Die Frage, welche Lebensmittel nun wie häufig im Angebot vorkommen sollten, wird beantwortet mit einer großen Übersichtstabelle im DGE-Qualitätsstandard, nämlich die Tabelle zu den Lebensmittelqualitäten und Häufigkeiten. Ich werde sie im Folgenden noch einmal ganz kurz etwas näher erläutern. Sie sehen also in der linken Spalte die entsprechende Lebensmittelgruppe, also alle sieben Lebensmittelgruppen, die Sie gerade im Ernährungskreis gesehen haben, sind dort noch mal untereinander aufgeführt. In der zweiten Spalte sehen Sie die entsprechenden Lebensmittelqualitäten, die sogenannte optimale Auswahl, also jene Lebensmittel aus der entsprechenden Gruppe, die aus ernährungsphysiologischer Sicht besonders empfehlenswert sind, weil sie eben sehr nährstoffreich sind. Und in der dritten Spalte sehen Sie die Lebensmittelhäufigkeiten, die also die Einsatzhäufigkeit über einen bestimmten definierten Verpflegungszeitraum, in diesem Falle sind es sieben Tage, vorgibt. Und die Lebensmittelhäufigkeiten werden einmal angegeben für die Mischkost und, und das ist ein Novum im neuen DGE-Qualitätsstandard, nun auch erstmals für die ovulactovegetarische Kost. Zoomen wir jetzt noch einmal näher dran und schauen wir uns einfach mal exemplarisch eine Lebensmittelgruppe nochmal genauer an. Ich habe hier die Gruppe Getreide, Getreideprodukte und Kartoffeln herausgepickt. Hier ist die Lebensmittelqualität bzw. die optimale Auswahl die folgende. Es sind Vollkornprodukte, Pseudogetreide, also beispielsweise Amaranth oder Buchweizen, es ist Müsli ohne Zucker und Süßungsmittel, es sind Kartoffeln in roher oder vorgegarter Form und beim Reis, es ist vor allem der Parbold oder der Naturreis. Wenn wir uns jetzt die dritte Spalte anschauen zu den Lebensmittelhäufigkeiten, da haben wir bei der Mischkost eine Häufigkeit in sieben Tagen von mindestens 21 Mal, das heißt mindestens dreimal täglich, sollte ein Lebensmittel aus dieser Gruppe im Angebot sein und davon mindestens 14 Mal in sieben Tagen als Vollkornprodukt und maximal zweimal als Kartoffelerzeugnis, das heißt als verarbeitetes Kartoffelprodukt wie beispielsweise Pommes frites oder Kroketten. Dieselben Angaben gibt es auch für die ovolactovegetarische Kost, Sie sehen in Grau unter der Häufigkeit noch Orientierungswerte für Lebensmittelmengen, die nun auch erstmals in der Tabelle zu den Lebensmittelqualitäten und Häufigkeiten aufgeführt sind, jeweils für zwei unterschiedliche Aktivitätsniveaus bzw. Energiebedarfe. Ja, jetzt ist die Frage, wie kann man denn die Akzeptanz gesundheitsfördernder und nachhaltiger Speisen erhöhen und da empfehlen wir immer das Prinzip der Optimierung von Lieblingsspeisen. Lieblingsspeisen können Sie erfassen in der Essbiografie, wir hatten es vorhin schon und optimieren bedeutet, ein Gericht so zu verändern, dass der ursprüngliche Charakter bestehen bleibt, durch den Austausch von Zutaten oder die Ergänzung von Komponenten jedoch die Nährstoffdichte erhöht wird. Ich mache es jetzt einfach mal beispielhaft am Kaiserschmarrn fest, um auch den noch mal vom Beginn des Vortrags aufzugreifen. Der Kaiserschmarrn kann zum Beispiel optimiert werden, indem man zur Vorspeise einen kleinen Salat reicht, indem man das Apfelmus selber herstellt durch kurzes Dünsten frischer Äpfel, um einfach möglichst viele Vitamine zu erhalten. Und oder indem man im Teig einen Anteil Vollkornmehl einsetzt und schon hat man dieses Gericht, dessen Charakter man beibehalten hat, um ein Plus an Nährstoffen ergänzt. Und letztendlich kann sich dieses Prinzip auf alle beliebigen Gerichte und Speisen übertragen lassen. Wichtig ist natürlich auch, die Vielfalt zu erhalten, also immer auch Menschen mit zum Beispiel Kau- oder Schluckstörungen mitzudenken. Und hier kann man sich durch die Hinzunahme technischer Hilfsmittel und durch kleine Anpassungen in der Zubereitung entsprechend auch die, ja, kann man die Speisen verfügbar machen. Also beispielsweise bleibt ein Müsli auch bei Kau-Störungen verzehrbar, indem man einfach zarte Haferflocken mit frischem Obst, etwas Milch oder Joghurt fein püriert und man ein Trinkmüsli herstellt. Und somit ist auch Menschen mit Kau-Störungen oder Schluckproblemen der Genuss eines Müslis weiterhin möglich. Als zweites Beispiel finden Sie hier auf dem Foto ein Hähnchenschenkel mit Gemüse und Kartoffeln und durch die Hinzunahme technischer Hilfsmittel wie beispielsweise Hochleistungsmixern, Kuttern, Spritztölen, mit denen Sie Pürees oder Schäume schön anrichten können oder auch Lebensmittelformen, ist es auch möglich, dieses Gericht für Menschen mit Kau- oder Schluckstörungen attraktiv anzubieten. Gemüse und Obst, da liegt die Empfehlung bei mindestens fünf Portionen am Tag, also drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst, sind sozusagen die ideale Dosis. Und auch hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Gemüse kann in Form von Cremesuppen, in Form von Gemüsepürees als fein geraspelte Rohkost oder in Form eines Smoothies angeboten werden. Ähnlich ist es beim Obst, dass Sie, wie Sie es auf den Fotos erkennen können, als Fruchtspiegel in pürierter Form auf dem Dessert angeboten werden kann, als klassischer Obstsalat, als Beigabe zu Waffeln und Kuchen oder auch hier wieder in Form eines Smoothies. Wichtig bei der Verpflegung älterer Menschen ist auch an ausreichend Eiweiß zu denken. Auch hier finden Sie Empfehlungen und Kriterien für Einsatzhäufigkeiten, auch eiweißreicher Lebensmittel. Dazu gehören Milch- und Milchprodukte, Fleisch, Fisch und Eier als tierische Eiweißquellen, aber auch Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte als pflanzliche Eiweißquellen. Hülsenfrüchte und Vollkorngetreide bietet natürlich den Vorteil bzw. ist nicht nur reich an Eiweiß, sondern liefert gleichzeitig auch viele Ballaststoffe, Vitamine und Mineralstoffe. Und durch die kluge Kombination verschiedener Eiweißquellen, wie Sie beispielsweise hier im mittleren Bild sehen, wo ein Linseneintopf mit Vollkornbrot und Kräuterquark angeboten wird, durch diese Kombination der unterschiedlichen Eiweißquellen kann die Eiweißqualität noch erhöht werden. Bei Mangelernährung und Gewichtsverlust gilt es, Speisen mit Energie anzureichern, zum Beispiel durch den Einsatz hochwertiger Pflanzenöle, wozu zum Beispiel Raps oder Leinöl gehört. Der Vorteil von Pflanzenölen ist vor allem, dass sie nicht nur viel Energie liefern, sondern auch die fettlöslichen Vitamine A und E. Ähnliches gilt für Nüsse und Ölsaaten bzw. entsprechendes Musterhaus, die ebenfalls zur Anreicherung hergenommen werden können und diese bieten eben auch den Vorteil, dass sie ungesättigte Fettsäuren liefern und daneben aber auch wertvolle Inhaltsstoffe wie Ballaststoffe, Eiweiß oder Mineralstoffe. Weiterhin eignen sich eingeweichte Trockenfrüchte zum Anreichern, Ei, Sahne oder Sahnequark sowie Butter und oder eiweißreiche Lebensmittel. Sie sehen unten rechts auf dem Foto zum Beispiel ein Kartoffelpüree, das mit pürierten Erbsen angereichert wurde und das sorgt nicht nur für optische und geschmackliche Abwechslung, sondern eben auch für ein Plus an Protein. Hier der Hinweis vielleicht noch, dass Kapitel 4.6 im DGE-Qualitätsstandard sowie im alten Qualitätsstandard auch die Verpflegung bei besonderen Anforderungen wie zum Beispiel bei Mangelernährung, bei einer Demenz oder bei Kau- und Störungen thematisiert. Ja, schauen wir uns beispielhaft nochmal ein Kriterium aus dem Prozessschritt Ausgabe an. Ein Kriterium, was thematisch sehr wichtig ist, nämlich hier geht es ums Trinken, um die Getränke. Getränke sind jederzeit verfügbar und sollten aktiv angeboten werden. Gerade im Alter hat das Thema Trinken natürlich eine hohe Bedeutung und an dieser Stelle sehen Sie auch einmal, da es sich um einen Screenshot aus dem Qualitätsstandard handelt, wie ein Kriterium oder wie die Kriterien in dem Werk aufgeführt sind, nämlich sie sind alle fett gedruckt mit einer Erläuterung darunter und alle markiert durch ein Häkchen, sodass Sie wirklich auf einen Blick erkennen können, dass es sich hier um ein Kriterium handelt. Zudem ist hier sichtbar anhand des Haussymbols, des kleinen Häuschens, was Sie hier sehen, dass es sich um ein Kriterium handelt, was in Senioreneinrichtungen gilt. Sie finden zudem im DGE-Qualitätsstandard an einigen Stellen auch das Symbol der Weltkugel, was hier unten rechts einmal abgebildet ist und dieses markiert Textstellen, an denen oder zu denen Sie auf unserer Internetseite www.fitimalter-dge.de unter Angabe des entsprechenden Stichwortes, in diesem Fall Getränke, noch weitere Informationen finden. Ja, verlassen wir das Kapitel 4 und kommen wir nun zum Blick über den Tellerrand. Ich hatte es ganz am Anfang schon einmal erwähnt, dass gute Verpflegung nicht nur das ist, was auf dem Teller liegt, sondern dass darum herum weitere Aspekte von Bedeutung sind, um letztendlich am Ende das Ergebnis gute Verpflegungsqualität stehen zu haben. Und diese Aspekte werden in Kapitel 5 aufgegriffen. Es geht hier zum einen um die Ermittlung von Anforderungen an das Essumfeld. Das kann bei Anbietenden von Essen auf Rädern zum Beispiel die Erfassung des gewünschten Lieferzeitraumes sein oder die gewünschte Form der Speisenübergabe. In Senioreneinrichtungen fällt hierunter zum Beispiel die Erfassung der gewünschten Essenszeiten oder des Ortes der Mahlzeiteneinnahme, also ob jemand zum Beispiel lieber in seinem Zimmer speisen möchte oder aber an der Tischgemeinschaft im Speiseraum teilhaben möchte. Ein weiteres Thema, was in Kapitel 5 aufgegriffen wird, ist die Gestaltung der Essumgebung, denn diese hat einen wesentlichen Einfluss darauf, mit wie viel Freude gegessen und getrunken wird. Und die Essumgebung erfasst zum Beispiel die Räumlichkeiten, die Gestaltung der Räumlichkeiten, in denen gegessen und getrunken wird, die Essenszeiten, aber auch die Gestaltung des Tischplatzes beispielsweise. Auch die Unterstützung beim Essen und Trinken wird thematisiert. Es kann die tatsächliche Unterstützung in Form von Hilfestellung beim Essen sein, das Essen anreichen, aber auch das Zurverfügung stellen von geeigneten Ess- und Trinkhilfen, die dann im Bedarfsfall eingesetzt werden können. Ebenfalls aufgegriffen wird das Thema Kommunikation rund um das Verpflegungsangebot. Das umfasst zum einen die Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander, aber natürlich auch die Kommunikation des Angebotes an Bewohnerinnen und Bewohner bzw. Kundinnen und Kunden. Dies umfasst auch die umfängliche Beratung, die gute und kompetente Information über das Speisenangebot. Denn tatsächlich hat die Kommunikation natürlich großen Einfluss darauf, wie letztendlich das gesundheitsfördernde und nachhaltige Speisenangebot auch akzeptiert wird. Ein letzter Punkt, der in Kapitel 5 aufgegriffen wird, ist der Einbezug älterer Menschen. Hier geht es um gemeinschaftliche Aktivitäten, wie beispielsweise das gemeinsame Kochen in Wohnküchen, in das entsprechend die älteren Menschen eingebunden sein können. Oder die Organisation von Aktionswochen oder Sommerfesten. Und hier findet der Leser bzw. die Leserin entsprechende Informationen, was bei diesen Aktivitäten zu beachten ist. Ja, gute Verpflegung geht nur gemeinsam. Wir haben gehört, es sind verschiedene Bereiche, verschiedene Akteure an der Verpflegung beteiligt, die idealerweise Hand in Hand und mit guter Kommunikation zusammenarbeiten sollten. Angefangen bei der Küche, dem Caterer, der vor allem für die Zusammenstellung des Speisenangebotes verantwortlich ist, über die Pflege, Hauswirtschaft und Betreuung. Aber auch Ärzte, Apotheker und Therapeuten können mehr oder weniger indirekt oder direkt an der Verpflegung beteiligt sein. Im Idealfall stehen Ökotrophologen und Diätassistenten zur Verfügung, die vor allem auch dann die Koordination eines Ernährungsteams übernehmen, wenn es zu kritischen Situationen kommt. Also wenn beispielsweise eine Mangelernährung oder ein Gewichtsverlust eingetreten ist. Bei Essen auf Rädern sind weitere Akteure der Kundenservice und Mahlzeitendienst. Und erst dann, wenn all diese Akteure sich gut austauschen, wenn sie miteinander kommunizieren und wenn feste Termine für Austausch und Fallbesprechungen selbstverständlich und zeitlich eingeplant sind, kann Verpflegung gelingen und wird Verpflegungsqualität besser. Ja, gute Verpflegung und damit komme ich zur letzten Folie, ist Wertschätzung pur. Sehen Sie den Menschen mit seinen individuellen Wünschen und seiner persönlichen Essbiografie. Präsentieren Sie Speisen so, dass möglichst alle Sinne genießen. Schaffen Sie eine Wohlfühlumgebung beim Essen und Trinken, die den Einzelnen unterstützt und fördert. Sehen Sie den Menschen auch in der Gruppe und sorgen Sie dafür, dass niemand ausgegrenzt ist. Und letztendlich ziehen Sie an einem Strang und arbeiten Sie Hand in Hand. Und wo auch immer Sie ältere Menschen verpflegen, sorgen Sie dafür, dass sich unter dem Sahnehäubchen immer auch ein bisschen frisches Obst versteckt. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe Ihnen mit der Präsentation einen kleinen Einblick in den DGE-Qualitätsstandard und in die Bedeutung von Essen und Trinken im Alter gegeben zu haben. Vielen Dank.